Pünktlich um 20.48 Uhr mitteleuropäischer Zeit landen die SpaceX-Astronauten vor der Küste Floridas. Die Wasserlandung im Golf von Mexiko der ersten seit 45 Jahren beendet die spektakuläre Mission der Amerikaner. Vier große Fallschirme öffnen sich, als die Raumkapsel in die Erdatmosphäre eintritt. In weniger von einer Stunde bremst das Gefährt so von 28.000 auf 24 Stundenkilometer ab. Die Kapsel sollte von einem gemeinsamen Bergungsteam von SpaceX und US-Raumfahrtbehörde NASA per Hubschrauber an Land gebracht werden, wie diese Bilder der NASA zeigen. Doch zahlreiche Zuschauer wollen sich in ihren eigenen Booten die Landung nicht entgehen lassen und stören trotz Gefahrenwarnung die Landung. US-Präsident Donald Trump ist begeistert. Er twittert, Großartig, dass die NASA-Astronauten wieder zurück auf der Erde sind nach der erfolgreichen zweimonatigen Mission. Danke! Und auch die beiden Astronauten, Robert Beincon und Douglas Hurley, sind zufrieden. Wir haben die letzten 5, 6, 7 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Mit Bob sind es ganz genau 5 Jahre, als wir damit begonnen haben. Und jetzt ist uns das tatsächlich gelungen. Es ist einfach unglaublich. Es ist eine wahnsinnige Ehre und ein großes Privileg, Teil dieses Projekts und der NASA zu sein. Beincon und Hurley waren Ende Mai vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus gestartet. Nach fast 9-jähriger Pause war es das erste Mal, dass Astronauten von den USA aus zur ISS flogen und das erste Mal, dass sie von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. SpaceX hatte zuvor nur Fracht zur ISS transportiert. Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der Raumfahrer Atlantis zur ISS geflogen. Eigentlich waren eigene Flüge aus den USA zur ISS von der NASA schon für 2017 angekündigt gewesen. Im Zuge technischer Probleme, Finanzierungsschwierigkeiten und Umstrukturierungen nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten wurde das Projekt aber immer wieder aufgeschoben.